Vorarlberg ruft. Schon zum dritten Mal ist Marco Fleisch bester Gravemann im Außendienst. Zweimal schon haben wir ihn im Ländle besucht, haben ihn nach seinem Erfolgsrezept gefragt und mit ihm gekocht. Genauso entscheidend ist beim Geschäftsabschluss, wann ist der Punkt da, zum Kunde zu sagen, so und jetzt machen wir das. Wir haben Freunde und Weggefährten gefragt, was Marco zum Österreichbesten macht. Und für heuer, da haben wir uns eine ganz besondere Überraschung überlegt. Schöne Melodie. Hoffentlich ist er zu Hause. Jawohl. Hallo, grüß dich. Servus, komm raus kurz. Servus. Das ist wirklich eine Überraschung und ich weiß wirklich von nichts. Was macht unserem Marco Fleisch jetzt so erfolgreich? So wie es aussieht, mache ich was richtig, beziehungsweise was anderes wie die anderen. Nimmst du dir Ziele vor? Also fokussierst du ein Ziel? Ja, die stecken wir schon. Wie wichtig ist da eigentlich in deinem Fall der Überblick über das, was sich so tut? Den muss man immer haben, den darf man nie verlieren. Das heißt, wir sollten heute auch irgendwo hoch hinauf gehen? Das liegt bei euch, was ihr euch da überlegt habt, das weiß ich nicht. Aber wenn man hoch hinauf geht, kann man auch tief fallen. Das ist vollkommen richtig. Also das hängt damit zusammen. Darum sollte man nie zu hoch rauf. Ja, aber auf der anderen Seite, gerade das macht es auch aus, oder? Dass man einen Top-Überblick hat, dass man am höchsten Punkt ist, um am besten zu sehen, den Horizont zu erweitern. Absolut. Absolut. Wo machen wir das jetzt? Ich weiß es nicht. Du kennst dich da ja geografisch aus. In welche Richtung fahren wir denn da jetzt? Jetzt fahren wir Richtung Hohenems. Hohenems ist ein gutes Stichwort. Was ist in Hohenems? Ja, wenn wir jetzt hoch hinauf wollen, dann gibt es den Flugplatz zum Beispiel. Das machen wir. Ah, okay. Wir setzen dich in eine Maschine. Spannend. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Weil ich habe da, das ist schon ein gewisses Déjà-vu, weil ich glaube, wenn ich drei oder vier Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern einmal einen Rundflug haben wir da gemacht vom Flugplatz Hohenems. Aber da war ich wirklich vier. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich kann mich noch entfernt daran erinnern. Das war so eine kleine Maschine. Genau. Ah, okay. Wir hätten da ein Foto vorbereitet. War das das? Das war genau das. Ja, richtig. Und was werden wir heute noch einmal machen? Aufs Land runterschauen? Und die Maschine ist ungefähr gleich groß? Du wirst lachen. Die Maschine ist gleich groß. Das ist ein Oldtimer aus dem Baujahr 1974. Okay. Hallo, grüß dich. Marco, grüß dich, hallo. Hallo, grüß dich. Fähig. Wo blöd werden wir. Regime die Maschine wieder für die Maschine vorbeigst. Abenteilen so ein Ikonfenschmerzen. So 넘 samegar! Na, hier oikemal die Maschine incar, Jochen depends nummer. Bye GABA. Geber計gen wir. Hoppen diese Mädchen skirtwenken. Çünkü la боль noch läuft, Wenn wir da rausschauen, ist es schon ein sehr schönes Land, oder, in dem wir leben? Absolut. Es ist schön, das wieder einmal von oben zu sehen, das Ganze. Was bedeutet denn Heimat für dich? Heimat, da gibt es ein Sprichwort von meiner Großmutter. Oder, vergesse nie die Heimat, wo deine Wiege stand, du findest in der Fremde kein zweites Heimatland. Und so ist es halt, da wo man aufgewachsen ist, sind die Wurzeln und da fühlt man sich einfach zu Hause. Da vorne schieben sich die Berge rauf, so diese Horizonterweiterung, die ist auch immer wieder mal wichtig, oder? Absolut. Absolut. Man sollte den Horizont nie aus den Augen verlieren, eigentlich, und ihn auch sehen, weil wenn man keinen mehr sieht, dann wird es auch schwierig. Also von heroben könnte man schon noch den einen oder anderen potenziell neuen Kunden ausmachen? Absolut. Absolut. Die wird es auch geben. Aber es gibt noch viele andere, die dasselbe versuchen wie ich, jetzt nicht alle bei der Grabe, und da muss man jedem was übrig lassen. Man muss ja nicht alles haben. In der Fliegerei braucht man Flughäfen, Flugzeuge, einen Flugplan, einen Kapitän. Ist das so ähnlich wie in der Versicherung? Es ist schon ähnlich, aber schlussendlich ist man ein Einzelkämpfer. Man braucht die Hilfe. Man ist abhängig von einer funktionierenden Vertragsabteilung, von einer funktionierenden Flughäfen. Wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, den Horizont haben wir erweitert, wenn man da vorne rausschaut. Was kommt denn raus? Wohin steuern wir? Ich sage einmal, diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, das hat sich jetzt einmal bestätigt, dass der gar nicht so schlecht ist. Und mir ist nur wichtig, dass ich nicht mit dem Strom mitschwimme, sondern ich will eh wie einen Lachs, der gegen den Strom schwimmt und das hat sich bewährt in den letzten 25 Jahren mittlerweile. Jetzt genießen wir einfach einmal den Vlog Marco. Genau. Super. Und während Marco Fleisch die schier grenzenlose Freiheit über den Wolken genießt, wünscht man ihm auch zu ebener Erd alles Gute. Der beste Überflieger braucht eines und das ist ein gutes Bodenpersonal und ich glaube, das kann ihm die Grabe hier in Vorarlberg, aber auch die Grabe in Österreich sehr, sehr gut bieten. Der Marco hat zwei positive Aspekte, was ihn erfolgreich macht. Einerseits einmal diese Ausbildung in Graz, abschließend mit dem akademischen Versicherungskaufmann. Auf der anderen Seite entwickelt er noch mehr Leidenschaft als ich für diesen Job. Also ich denke einmal, dass er das sehr, sehr gut macht und darum ist er auch so erfolgreich. Weil er einfach eine gute Arbeit ist. Ich wünsche ihm weiterhin viel, viel Glück und Erfolg und er soll so bleiben und so weitermachen, wie das bisher geschehen ist. Und abschließend noch die wichtigste Botschaft des Jahresbesten. Wenn du mit dem Rudel, mit der Herde mitspringst, dann bist du einer von vielen. Auffallen oder auffällig wirst erst dann, wenn du auf die andere Richtung läufst. … … … Vielen Dank.